Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der DAX hat heute schon ein neues Jahreshoch erreicht im vorbörslichen Handel, aber der Ausbruch überzeugt noch nicht. Der Anstieg war eben nur leicht und dann ist der Markt auch wieder zurückgefallen. Schauen wir uns das gleich mal genauer an. Es gab jetzt auch noch vermehrt Kommentare, dass die Videos zu kurz seien. Das ist eben das Format bzw. soll das auch nur ein Teaser sein. Wer sich umfangreiche Analysen wünscht und vielleicht auch gerne konkrete Handelssignale bekommen möchte, der sollte sich dann mal das Hauptvideo anschauen. Den Link gibt es immer unten in der Beschreibung. Schaut euch das gerne mal an und bevor wir jetzt loslegen, gibt es noch den Risikoinweis. Der Handel mit CFDs ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollen sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. So, wir fangen mit dem deutschen Leitindex an. Wir schauen uns mal die Marktreaktion an im vorbörslichen Handel. Erst über das ehemalige Jahreshoch, neues Jahreshoch erreicht, oberhalb der 15.700 Punkte Marke. Und jetzt läuft der Markt erstmal wieder etwas zurück. Wir wollen den Kontext nochmal herstellen. Wir sind also im 4-Stunden-Chart. Es gab eine Seitwärtsphase. Dann den Push nach oben und dann hat der Markt bis zum 61,8% Retracement korrigiert. Hat dann das lokale Hoch ausgenommen mit dieser Kerze. Und jetzt haben wir hier eben einen schönen Lauf nach oben. Das heißt, Rückgänge sind erstmal gar nicht schlimm. Wären sogar gesund, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder anzugreifen. Die wichtigste Unterstützung wäre dann hier bei 15.230 Punkten ungefähr zu finden. Aber ein neuer Test ist natürlich das Basisszenario, um sich dann in Richtung Rekordhoch aufzumachen. Das ist aktuell knapp 3,5% entfernt. Das ist 600 Punkte. Gehen wir rüber zum Nasdaq. Wichtige Entscheidung auch am letzten Handelstag der Woche. Wir erinnern uns, dass in der Vorwoche ein Versuch stattgefunden hat, das hoch bei 13.947 Punkten zu durchbrechen. Es kam zu einem Fehlausbruch, aber dennoch zu einem positiven Wochenergebnis. Der Rücksetzer in dieser Woche, der wurde gekauft und es gibt eben den zweiten Ausbruchsversuch. Mal schauen, ob das diesmal nachhaltig ist oder es sich vielleicht das Ganze dann nochmal als Fehlausbruch entpuppt. Momentan sieht es eigentlich ziemlich gut aus und ein Schlusskurs darüber würde eben Potenzial freisetzen in Richtung Augusthoch. 13.740 Punkte. Euro-Dollar hat so ein paar Schwierigkeiten gehabt gestern. Und zwar hat das Paar kurz vor 1.0929 gedreht. Heute haben wir Doji, gewisse Unentschlossenheit. Aber wir haben auch hier einen Aufwärtstrend, also Richtungswechsel, Bodenbildung. Impuls, Korrektur, Impuls. Wir sind also mitten im Aufwärtsimpuls und deswegen bin ich optimistisch, dass es dann auch einen Ausbruch gibt über die 1.0929. Und da könnte man die 1.1033er Marke anpeilen. Gold hat wiederum die kompletten Verluste dieser Woche ausgeglichen. Notiert wieder bei 1.983 Dollar. Und das bedeutet, dass die Widerstände wieder näher rücken und zwar 1.998. Das ist das Aprilhoch von 2020. Und dann haben wir das Jahreshoch bei 2010. Und dann müssen wir sogar deutlich drüber ansetzen im Bereich der 2070 bzw. 2075. So, das war es von mir. Ich wünsche allen viel Erfolg für heute und natürlich auch schon mal ein schönes Wochenende. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.